Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge bei UNILIFE. Wir bauen heute wieder, aber diesmal nicht ganz so weit weg wie sonst. Wie ihr sehen könnt, habe ich meine Bar schon vollgepackt, bis auf eine Sache, die jetzt noch nicht drin ist. Das mache ich jetzt aber, habe ich nicht vergessen. Ich brauche einen schwarzen Teppich noch. Seht ihr warum? Ich baue jetzt ein Fahrzeug nach. Allerdings habe ich mir das jetzt auch nur woanders mehr oder weniger angeguckt. Weil es mir jetzt erstmal so gefallen hat, übernehme ich das Auto. Modifizieren können wir jetzt hier immer nochmal. Ich werde auch natürlich euren Original Link mal unter das Video packen. So. 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 Wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon einen Streifen gezogen. Das sollte jetzt so mehr oder weniger mal ein Parkplatz sein. So. Dann werde ich folgendes machen. Wir werden hier mit der schwarzen Wolle. Und nochmal da. Ich muss kurz überlegen. Ja, das war so. Aber ich setze hier in einer Form beide. Ich werde das Auto nicht überluft. So. Das Auto ist 3 breit. Und das Auto, das ich jetzt nachstelle, soll nämlich eigentlich das Auto darstellen. Laut original. So. 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 Dann haben wir hier schon mal den Anfang gemacht. So. 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 Jetzt muss ich auch nochmal gucken. Und zwar wenn wir jetzt hier das Ding rausnehmen. So. 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 bin klar. Ich habe nochmal was vergessen Treppe. Ich brauche die für blind Fische da. Die ziegel Treppe. Die kommt dann hier oben so ein bisschen in die Ecke rein geschluckt. Da drunter kommt dann so, da ist er da, sonst wäre der Wagen viel zu hoch, er hatte natürlich jetzt ein bisschen mehr Bauplatz, ich hab die scheiß Wanda noch, aber ist egal. So, haben wir schon mal die erste Höhle getan. So, dann wenn wir hier als Deko, er hat da weiß, wo ich hab da jetzt blau. So, dann nennen wir hier drauf mal die Wolle, wenn sie gerade mal kurz die Raten haben, dann kann ich den Knopf wegpacken. So, trala, trala. So, und damit man es auch hier. So, einmal hier machen. So, dann gehen wir hier. So, einmal hier machen. So, dann und genau dafür haben wir jetzt auch die scheiße Wolle kommt oben drauf. Ne. So. So. Und last but not least kommt hier Scheiben hin. Aber, und das ändere ich jetzt schon von vornherein, das hat der Screen Fun LP nämlich nicht gemacht. Das ist jetzt auch, wie heute wild. So, ich mag es noch. Ich werde da noch einen Hebel hinsetzen. Kriege ich bei meinem Camper ja auch unter dem Dings hab. Dann kommt dann hier. Der sollte quasi die Dings halten. Die Seiten schon rein. So. Gut. Das Ganze, so wie es da steht. LOL soll laut Screen Fun LP den das Auto darstellen. Also sein. Ich glaube mit CSAMG, was das auch immer sein wird. So. Ich finde es persönlich schön, das Auto. Ich gucke es mir jetzt mal eine Weile an. Vielleicht werde ich auch noch was verändern daran. Das ist eins, was ich jetzt noch machen muss. Zwangsläufig. Weil kein Auto ohne Scheinwerfer. Machen wir hier. Machen wir noch Scheinwerferchen hin. So. Dann ist Denas Auto fertig. Somit steht Denas Auto auf meinem Parkplatz. Oder mein Auto jetzt. Hm. Gut, Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und dass wir uns in der nächsten Folge auch wiedersehen. Lasst ein Like und Abo da. Ich würde mich echt ein Keks freuen. Bis zum nächsten Mal.